Musik Hey Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Video hier mit dem AbsatzTV Und ja, mit dabei ist heute keiner, weil nämlich eine Folge Upnews dran ist Und ja, jetzt werden wir auch schon teleportiert, nämlich Leute, ab heute Ich werde es nicht schaffen, das sah ich euch jetzt schon, es tut mir auch wirklich leid Ich habe es ja angekündigt, jeden Tag oder jeden zweiten Tag Die haben irgendwie gesehen, dass ich irgendwie YouTuber bin Und haben sich jetzt, beziehungsweise haben die nicht gesehen, sondern wussten die irgendwie AbsatzTV, den Namen kenne ich irgendwoher und dann haben die mich gefragt, ob ich YouTuber bin Und deswegen sagen die jetzt auch Hallo YouTube Und dann meinten die irgendwie, ob ich aufnehme, dann habe ich gesagt, Claro Oh, SlashFix Und ja, deswegen aber nicht sehr so Wie gesagt Leute, ich werde es nicht schaffen, jeden Tag eine Folge zu bringen Das ist nicht möglich Ich werde es versuchen, jede Woche zwei bis drei Videos zu bringen Ob ich es schaffe, das weiß ich nicht so genau Aber ich gebe mein Bestes Nein Ich gebe mein Bestes und ja Es wird da bald wieder was Neues kommen Aber lasst euch dann aber raten Beziehungsweise nicht was Neues, sondern eine alte Serie kommt nicht bald wieder Zurück Und ja, ich kann euch jetzt einfach sagen, was kommt Und das wird Clash of Clans jetzt bald nämlich wieder weitergehen Weil ich da wieder ein bisschen Bock drauf habe, das zu machen Und jetzt kriege ich gleich natürlich So Jetzt sage ich Knagge ich Machen wir mal hier, hier, hier Ups Oh, fuck Oh, shit Doch geschafft Okay Damit habe ich jetzt nicht gerechnet Wie weit geht denn das bitte noch? Nein, ich wusste es, dass ich jetzt irgendwann runterfalle Alter, das ist aber ganz schön lang, finde ich Das Modul, muss ich ja mal sagen Dass ich das ganz schön lang finde Nein Verdammt, wenn ich jetzt nochmal verkacke Dann bin ich Mit drei Runden draußen Ihr könnt auf jeden Fall mal auf meinem Server joinen Redmc.de Und Dem dazugehörigen TeamSpeak.ts.redmc.de Link in der Videobeschreibung Oh Gott, doch noch geschafft Ui Ein bisschen Muffensausen hatte ich da Ob ich es schaffe oder nicht Aber habe ich doch noch geschafft Tatsächlich Das ist doch schon mal schön Das ist doch erfreulich Nein Verdammt, 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 verdammt Nee Okay Wenn ich den jetzt nicht schaffe, dann Nein Oh Mann Mist Mist, Mist, Mist Egal, ich bin jetzt jetzt hier weg So schwer ist das eigentlich gar nicht Aber Huch, was ist denn das? Das Modul ist mir aber neu Nein Das ist ein hartes Modul Okay Doch noch geschafft Okay Oh, doch noch geschafft Ich dachte, weil ich da jetzt Falsch abgesprungen bin Kommt das nicht so richtig dazu Okay Es kommen schon die ganzen harten Knackigen Modulen Aber ich bin echt weit hinten Ich weiß auch nicht, woran das liegt Irgendwie Warum schaffen die das denn alle so? Wahrscheinlich Fallen die alle dreimal durch Und dann Ja Haben die es schon geschafft direkt Beziehungsweise fallen die alle dreimal durch Geht natürlich Viel schneller Weil dann Hilfestellungen und sowas Nein Hm So Schaffe ich das Hüi War ein bisschen Oh, wo geht's lang? Oh, ich glaube Ich bin Beziehungsweise ich denke Hier lang geht's Oh Gott Geschafft Hui Okay Beim letzten Modul Nein Das ist doch dreimal verkackt Nein Nein Verdammt, da muss ich jetzt ein bisschen aufpassen So Dort Dort habe ich es geschafft Ich glaube da kommt noch was Schwieriges Das ist auch nicht ohne Das ist gar nicht ohne So Zack Schafft hier jeden Augenblick jemand Das war 98 Schafft hier jeden Augenblick jemand Aber dafür habe ich 2400 Coins Ich glaube die anderen haben nicht so viel Weil die da durchgewasht sind teilweise Ich lasse mir da wenig noch Zeit Nein 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 Muss doch wirklich richtig abspringen Kann doch nicht so schwer sein, dass der Der Das ist gerade geschafft Bekomme ich eigentlich Punkte abgezogen, wenn ich jetzt Runterfalle oder nicht? Nee Soll das eigentlich Oh, der ist Nee, der ist bei 100 Hä? Warum Beindert der das denn nicht? Der könnte uns alle damit erlösen Nein Wie schafft man das? Ich verstehe es nicht Oh Gott Geschafft Nein, Alter Mist Der sollte es einfach jetzt beenden, Mann Da konnte der uns alle Ist sehr spannend Wahrscheinlich kurz vor dem Kurz bevor ich da irgendwie am Ziel ankomme Warum beendet der das denn nicht? Ich verstehe es nicht Dieser Typ, der ist so krank Können wir das mal in die Kommentare schreiben? Nein, ich darf nicht Ich darf nicht die Leer-Taste drücken Zum Abspringen Der springt von automatisch ab Voll automatisiert springt der ab Einer hat jetzt auch schon keinen Bock mehr Jetzt auf einmal Jetzt schafft er es Wenn ich den Sprung schaffe GG Egal, nicht so schlimm Ich bin noch weit gekommen Und hier kaufen wir uns mal ein paar Sachen ein So So, wie viel habe ich jetzt? Für drei, Rückstoß eins So Da sind noch nicht keine, Mann Ne 100 Das Apfel Kuchen So Da habe ich noch ein paar Kuchen Ein paar Küchen Slash Guck mal, muss man mal Stats angucken Stats Erreichte Ziele 3 Habe ich erst erreicht 200 Tode Kills 50 Tode 53 Oh, knapp Die haben es geschafft Und wo sich die KD Gewonnene Spiele 3 Gespielte Spiele 37 Nicht so erfreulich Aber geht eigentlich Absatz Der fragt mich, ob ich YouTuber bin So So Solde Lee 150 Immer noch Okay, das Desmatch ist da Okay Das ist schon mal gut Ey, ich bin momentan echt vieler Scheiß in PvP, Alter Nicht wundern Leute Alter Okay Okay Diesen Letzte Vlog Habe ich getötet Geringe Generation Habe ich noch 5 Sekunden Die sollte ich auch noch Abwarten Dann gehe ich da rauf Ein Ey, was? Wie viel Leben hatte der denn bitte noch? Haben wir wieder so klar, ne? Teaming Ich hasse Teaming Oh Gott, ey Jetzt habe ich nur noch ein Herz So Wollte schon sagen Wie viel Leben der bitte noch hat? Nein Hui Ach egal Fuck What the fuck? What the fuck? Alter Schwödel Uh GG Oh mein Gott Oh Mein Fucking Gott Alter Schwede Ich habe die Runde doch noch gewonnen Ich habe echt gedacht Gerade Ich bin am sterben Aber gut, Leute Wenn du warst, dann lass den Namen nach oben Da haust du rein Bis zum nächsten Mal Und Ciao, Leute Ciao, ciao